zwei stück noch ich hoffe dass wir jetzt noch schnell möglich oder schnellstmöglich zusammen bekommen aber nicht guter dinge ich meine bisher hat es auch gut geklappt zumindest ein guter start in die neue folge hier weil ich gestehen muss eben die erste aufnahme ich habe aufgenommen gemacht und getan dass ich irgendwann festgestellt habe du hast ja vergessen ton an zu machen naja klasse also noch mal das ganze auf reset und zack ich bin level up auch ohne quest sehr gut einer fehlt noch so so damit ist die quest auch erfüllt und wir gehen jetzt mal munter zurück geben die beiden quest schnell auf einmal ab wieviel es gibt auf jeden fall habe ich noch einen buff wie ich sehe ich kenne das ganze nur aus der world of warcraft was ich damals mal gespielt habe wenn man praktisch in der nähe von einer taverne gewesen ist also eine bar und hat da ausgeloggt dass man so einen kleinen beim nächsten mal einloggen buff bekommt ein neuer tag ein neuer jungspund weiß ich jetzt nicht aber naja 1800 ip von dem und das gleiche man jetzt hier noch mal kann ich nicht annehmen braucht ihr hilfe braucht ihr hilfe 6.000 ip gepökeltes fleisch versus holzfällerlager ja du bist dein held äh gucken wir einfach mal bitte nur das das und das da wobei da vorne glaube ich ist keiner gewesen ich habe vergessen wieder mein e-maildings auszumachen aber so kennt man mich oder war das doch da oben was ist das dann lager ich schaue jetzt einfach mal ob mir das angezeigt wird ne 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 wird mir nichts angezeigt ok dann scheint er hier nichts zu sein das wird jetzt wieder so eine typische Surerei gehe ich mal von aus wobei jetzt habe ich doch mein Pferd warum nutze ich das nicht auch einfach mal jetzt gehen wir nochmal da oben in das kleine Holzfällerlager und gucken ob der Verus irgendwo steht bevor ich jetzt weitergehe und mich die dumme Dussel nicht suche das ist doch Virus braucht ihr Hilfe braucht ihr Hilfe okay Pükelfleisch benutzt das Fass um Salz und das Fleisch zu pökeln Fass 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 jetzt erst mal die Fässer Bevor ich hier weitergehe und irgendwas übersehe hier scheint kein Fass zu sein oder das hier ne auch nicht ja dann gehen wir jetzt einfach mal weiter vielleicht wird das ja unterwegs noch irgendwie geklärt was damit gemeint ist im Endeffekt so aha ok ah ich verstehe ja ok warum nicht gleich so ne Romy hat erstmal ins Inventar gucken so gut ist die Quest auch erledigt für die Föderation für die Föderation das hier genau genau und die Ohrringe irgendwie anziehen genau ah ich hab hier boah guck mal was man hier alles machen kann ey sicher gerade erst alter Haudegen ok ich verstehe so jetzt hab ich die Sachen auf jeden Fall an und jetzt muss ich da oben auf jeden Fall hau ab hin um in der Fest weiter zu kommen na 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 und das hast du und tada so das haben wir alles klar bin jetzt Stufe 12 ok aber wie ich mein Bild hier verschiebe das weiß ich immer noch nicht da muss ich was an den Grafikeinstellungen auf jeden Fall machen auf jeden Fall auch noch mal gucken Offscreen natürlich ja ihr merkt ich bin schon im allgemeinen heute wieder ein bisschen ruhiger hat aber auch damit zu tun ähm einziges freier Tag heute viel noch um Private Life so ungefähr erledigt da bleibt sowas halt nicht auch und ich muss oder wollte einfach noch ein bisschen Terra spielen aber da kann ich auf jeden Fall danken fürs Angebot und werde es auf jeden Fall auch gerne 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 annehmen sehr gerne sogar aber wie gesagt erst zum Urlaub und da warte ich auch noch auf Zusage ähm Gamescom also hingehen werde ich auf jeden Fall ich weiß aber noch nicht an welchem Tag kann ich wirklich nicht sagen C Das scheint ein bisschen extremer zu werden hier Ihr seht schon, es wird auf jeden Fall ein Tod werden Oder auch nicht Ah nein, nicht noch einer Weg, 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 weg Verdammte Axt hier Okay, die haben überlebt, sehr gut Ging ja doch nochmal gut Ja, warum ich darauf warten muss Wir hatten da mal so ein bisschen was Versuch ins Leben zu rufen Was den Donnerstag anging Uns da vielleicht noch auf die Gamescom zu machen Bisher habe ich halt da noch keine Befragung bekommen Ob die Leute, die mit mir hingehen wollten Hingehen können Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt wirklich Zeit und Bock haben Wenn dieser Termin nicht klappt, werde ich auf jeden Fall Samstags anzutreffen sein Wie ich gehört habe, soll es in Halle 10 auf jeden Fall eine große Bühne von Let's Play Together geben Wer sie kennt, Kronk und Sarasa und Co. Für die ganzen YouTuber, die sich da antreffen können Und da werde ich dann natürlich auch vertreten sein Mal gucken Ah, fucking Boy Wie komme ich jetzt hier dran vorbei? Jetzt will ich mir das Ganze mal angucken Wie das da abläuft Weil ich ja noch eher ein Kleiner Fisch bin Was Let's Plays angeht Und ähm Ja, mal schauen, ob ich da überhaupt willkommen bin Oder halt nicht Wie man mich erkennt Wie man mich aufnimmt Oder halt in diesen auch nicht Gucken wir einfach mal Ich helfe gern So Seid gegrüßt Freut mich sehr Schaut ihr vorbei Zwei neue Quests Ok, mach direkt auf die schlechten Säbelzellen Ok Ok Im Besitz Farno Manon Melde zuerst die Farno und dann Im Manon Ok Das heißt Erstmal bei dem kleinen Typ hier Euch legt man wohl nicht da rein Und dann Und dann Bei dem Typen da drin Ok Ihr wirkt nervös Natürlich wirklich nervös Gut Das haben wir Ok Es gibt ja meine Quests Kein schlechtes Land hier, was? Ihr seid wohl neu hier, was? Hallo ihr Ich wünsch mir auch ein Abenteuer Ok, wir sind Maron Möchtet ihr was von mir? Ok, das haben wir erledigt Samus Panzerferkel 0 von 3 Und Spheromon Pfeile und Wo habe ich die Pfeile denn? Können wir hier irgendwie reinlegen? Ja Das ganze ist auf F5 Nur zähmen, um die Ferkel zu zähmen Ah, ich muss jetzt wilde Ferkel praktisch zähmen Jetzt verstehe ich Alles klar Das sind die Panzerferkel Zieht den Fall heraus Ok, den habe ich Das ist Kommt das jetzt mit? Tatsache Jetzt kommt hier noch einer Und jetzt brauche ich noch eins Ok Komm mal mit Ja, warum kommt der denn jetzt nicht? Kommst du jetzt mit? Oder? Kommst du jetzt mit? Ja Kommt doch her Scheiße So Mit dir spreche ich Schinken auf der Flucht Zwei 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 Und eins noch, komm her Ja Fuckin' 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 Faktin' fed